So, herzlich willkommen Leute bei einem neuen Part von Let's Play Mafia. Heute machen wir weiter. Wir sind ja zuletzt gesteckt und liegen, weil es im Gefängnis ist. Oder eben diese Schießereien haben wir noch gehabt zum Schluss auf jeden Fall. Jetzt sollten wir den letzten Part da haben. Das ist eigentlich schon unten auf jeden Fall. Jetzt bin ich ja vorher eben letztes Mal gestorben. Es ist halt nochmal schau, dass wir jetzt nochmal rauskommen aus dem Gefängnis. Ja, um was geht heute auf jeden Fall. Bin gespannt. Dann legen wir mal los. Wir könnten eigentlich auch dieses Auto nehmen. Ganz schlecht Idee, Tomy. Ganz schlecht Idee. Vor allem, es hat nichts fährt. Na. Ah. Na, Platten, Presse. Aber wurscht. Wenn sie sich drammen, dann passt das schon. Fahre ich durch. Wegbedeut. In Mafia gibt es eine Funktion, die heißt drammen. Deswegen kannst du auch die Ausrufe wegrammen. Das ist so eine Art Boost. Das kann ich auch einsetzen. Da gibt es einen Zubo-Schubplan. Das ist eigentlich ganz geil. Gut gemacht. Ja, die wissen schon, wo ich hinfahre. Also die haben mich echt nicht dumm. Aber halt nicht klug genug. Weil ich fahre einfach durch. Ob das jetzt so klug war? Kann ich erfahren? Ja, das ist klug. Jetzt fahre ich einfach am Seitenstreifen vorbei, oder? Das war klug. Ja, fahre ich auch nicht, als du polizierst, oder? Sehr vorbildig. So, jetzt soll es eigentlich keine Straßensperr mehr geben. Aber für zwei Platte Reifen. Ja, abhängen. Wie machen wir es wohl am besten? Alle Wagen, alle Kollegen. Bitte vor Ort zusammenfinden. Verstärkung benötigt. Nein, das ist sehr schwierig, oder? Also, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich fahre mal in so eine typische Morello-Gasse rein. Ja, hier ist ein Station. Er ist jetzt zu Fuß. Versuch zu fliehen. Also, ob das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Versuch zu fliehen. Ah, keine Ahnung, ob das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Bis zum Schluss! Bis zum Schluss! Bist du 올�iert? Also, jetzt hess ich nicht meine Ahnung. Jetzt w 국en. Dass mich nicht die Ahnung Lantern gewinnt. Ich kann es wenigstens nach nach finden. das kämpft wir haben ihn irgendwo im borksport verloren bleibt in der landbereitschaft natürlich so etwas verspürt ich glaube wir müssten wirklich fliehen lassen sonst hast du keine chance die Tage war jetzt dann ok auf jeden Fall aber wir schauen ob es sich zum Erfolg führt wenn wir es jetzt schaffen so jetzt fahr mal hier rein wir hätten den Pfosten das Leben gekostet das muss er auch mal geben er ist weg, zurück zum Patrouille nächstes Mal kriegen wir ihn Glück ins Gesetz ja, haben wir geschafft auf jeden Fall die Fahrt überspringen wir natürlich wieder weil jetzt müssen wir eigentlich nochmal zurückfahren aber auf das habe ich keinen Bock mehr deswegen überspringen wir die Fahrt war erfolgreich die Taktik war ganz gut ich habe mich dazu das ist so gut ich muss ihn auf jeden Fall aber ich habe noch ein Revo wird von daher hat er schon ergeben und wie es ausschaut hat der Tom eine Wohnung bekommen auf jeden Fall aber von der wir natürlich nichts mitbekommen weil es ja so ist dass er nicht gezeigt wurde in Oakwood ist die ja das passt auf jeden Fall schau irgendwie aus ich weiß nicht ob das eventuell auch die Mafia 2 Map ist aber halt nur vielleicht umgekehrt dann weil die Brücke ist ja auch da aber in Mafia 2 zum Beispiel wohnt der Tom irgendwo hier oben zum Beispiel auf einer Map dann hier oben auf jeden Fall von daher könnte es natürlich sein dass er das ganze individuell gespielt haben irgendwie so halt aber das Haus schaut ähnlich aus aber nicht ganz ähnlich aus einmal schauen dann wird sie eher eher geben muss ich mal sagen da ist Sarah ja Turnbull war total korrupt in der Zeitung steht man wird sich an seinen Kampf für den 19. Artikel erinnern er hat seine Karriere dafür riskiert welcher ist das nochmal Frauenwahlrecht du Idiot dank ihm darf ich wählen Tom genau wie seine Frau und seine sechs Töchter scheint als hätte jeder zwei Seiten scheint so ich muss jetzt los Tom tu nichts wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst okay dafür ist es zu spät jawohl Wahlkampf haben wir abgeschlossen auf jeden Fall ja dich du noch nicht ermutig ab und zu mal wenn halt Cuts ins Kommentar ist halt wirklich ihr alles perfekt hört auf jeden Fall ja mega das war es auf jeden Fall jetzt hat sie noch drei Kapitel vor uns und würde man sagen wir gehen direkt rein und fortsetzen so was kommt jetzt bin ich gespannt exzellent ja schmeckt toll das ist nur der Vorgeschmack ich habe gehört ich habe gehört dass von diesen Zigarren her eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde ihr werdet sie mir beschaffen wir sollen Zigarren klauen wo ist das Problem in unserem Nachtlubs werden wir uns gute Zigarren aus den Händen reißen es wirkt wie keine Ahnung Kinderkram du warst schon immer viel zu schlau dir macht man nichts vor Kinderkram trifft's ganz genau danach soll es aussehen die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine in einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten aber die Fetts haben sie nicht gefunden wir stehlen Diamanten von den Fetts? keine Sorge ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt er sagt's euch jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenklub treffen schmiedet gemeinsam den Plan aber ich will die Zigarren bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt verstanden? klar Boss gut und trink nicht meinen besten Fusel wusstest du das? wir haben gestern drüber gesprochen wir haben einen Plan es ist kein guter Plan aber wir gehen nicht drauf wahrscheinlich na los, hilft uns dort jemand oder was? nein wir sind auf uns gestellt das wird schwierig die Zigarren sind in Kisten am Hafen scheiße der Laden wird bestimmt gut bewacht ja Gewalt hilft hier nicht wir machen's mit Köpfchen wir klauen einen Zolllaster und sind drin Gott müssen wir den Armfahrer umbringen? nein wir jagen ihm Angst ein wir wollen nur seine Papiere gut ich will keine Leiche loswerden müssen los suchen wir nach nem Zolllaster unten bei den Docks alles klar Tom? ja ich frag mich nur was dahinter steckt dahinter steckt? der Boss hat nen Job für uns und wir machen ihn es scheint nur verdammt riskant sogar für Diamanten wenn wir geschnappt werden buchten sie uns lange ein dann dürfen wir nicht geschnappt werden oder? ja ich habe am Hafen Sachen für den Auftrag versteckt ja auf jeden Fall Diamanten also ich hab gewohnt ich hab Zigarren jetzt so spät noch klauen glaub nicht das was noch spielt ja ist doch ein größeres Ding wir gehen dann wieder ne natürlich machen wir es nachts ist eh klar ne höh hör auf du machst mich nervös wenn du mit dem Ding spielst Entschuldigung mir geht nur ne Menge durch den Kopf ach ja? dachte da oben wär gar nicht so viel Platz Habt euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Was hat's gedacht? Ich hab große Pläne. Ach ja? Aus damit, woran arbeitest du? Tja. Spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauch nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding ein Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Interessant. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber... Wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ja. Ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Ja. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja. Ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Äh. Warte, keine Sorgen. Alles klar. Jawohl. Aber in seiner Plafel von Pauli, mal schauen, ob er das noch absegnen wird mit dem Don. Wäre doch eine interessante Sache nochmal sowas zu machen. Finde und stiehle einen Zolllaster. Du suche das Works Quarter. Ähm. Ja. Besten Dank auf jeden Fall. Äh. Ja. Top. Also. Na. Das gibt es ja gar nicht da. Bei der tiefsten Nacht muss ich es ja schon scheiß Zolllaster finden. Das gibt es ja gar nicht da. Äh. Meine Güte. Vor allem sehe ich da nichts. Ich meine hier auf der Aufnahme sehe ich es ja. Äh. Aber im Fernseher sehe ich gar nichts da. Ah ja, wo hin. Ah, wo ist er denn markiert? Besten Dank. Besten Dank, Alter. So lobe ich mir das. Die haben aber ordentlich was weitergebracht. Die sind weggegangen anscheinend. Wie es ausschaut, schau mal, wer ich jetzt fahren muss hier, ne? Da geht schon was. Fahr den Laster zu Sam und Pauli. Aber schau, wo ich dahin fahren muss, oder? Das ist ja irgendwo. Achso. Na, ich verspringe uns mal eine Fahrt. Da seien wir weiter. Park da drüben, Tom. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Jawohl, besten Dank. Wurde ich auch sagen. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los. Wow, 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 wow. Los, Bewegung. Ist ja gut, ist ja gut. Flucht. Gemütlich da hinten, Tom. Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Das wäre schön, ja? Da ist ja schön. Ach, äh, Mist. Äh, Pete. Hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Ja, nichts los. Das ist natürlich auch nicht so eine Sache, ne? Also, Bilba ist richtig schon, ne? Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ach, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit. Das ist safe. Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Genau. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren. Kamen in einem Boot namens The Bohemia. Angedockt am Dienstag, den 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Mach ich. Ich finde die beschlagnahmten Waren. Passt ja. Ich mache auf jeden Fall. Aber erst dadurch im nächsten Mal. Ich bedanke euch fürs Zusehen auf jeden Fall. Im nächsten Mal machen wir dann das mit den Waren. Und die Suchen und Fähnen auf jeden Fall. Lasst euch gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Werfen top. Und wir verselfen den Report auf jeden Fall. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten LP-Part. Bis dahin, haut rein und ciao.